Nun sollten wir unsere ganzen Items erstmal in dem Shop platzieren, diesen Shop natürlich auch öffnen und gucken, was wir so verdienen werden. Ähm, ich hätte es erst platzieren sollen, ich dödel. Aber ich bin ja ein immer sehr zeiteinsparender Mensch, da passt es ganz gut. So, 4000. Aber für die haben wir noch keinen Preis. 5000 ist aber ein Schnäppchen, äh 4000 ist ein Schnäppchen. 6000 machen wir dann da draus. Die ist für 8000 weg, das ist gut. Die ist für 7000, dich weiß man nicht. Ich mach mal da drüben rein. Dich weiß man auch nicht. Probieren wir das erstmal aus. Ich denke aber schon so 10.000, weil du bist eine Spannungsquelle. Das hört sich sehr gut an. Dich weiß man immer noch nicht, 2000 ist so, 1750 vielleicht, ne. So was. So dumme Preise halt. Wechselstromadapter, du gehst bestimmt auch für 8.000. 8.000 weg, das habe ich nur einmal bekommen bisher. So und dann wollen wir hier noch so Drähte reinmachen. Jetzt verdienen wir ja natürlich auch Geld, ne. Das muss man ganz klar sagen, wir verdienen jetzt nochmal einiges mehr an Geld. Kunststofffolie, das muss ein unglaubliches Material sein. 2.000. Warte, du musst jetzt ganz kurz auf mich warten, bitte. Ich möchte hier echt niemanden irgendwie in Frage stellen. Ich möchte nicht, dass du damit jetzt abhaust mit dem, was du da gerade kaufen möchtest. Aber ich muss gerade wirklich ganz kurz Sachen sortieren. Ich komme sofort an die Kasse. Und der hat jetzt einen Spott billigen Preis gemacht mit 10.000. Habe ich das gerade richtig gesehen? 10k ist dafür easy. Verarscht mich nicht. Kauft ruhig weiter ein. Das ist viel zu teure. Ich meine natürlich, super billige Zeug. Das ist alles im Angebot. Alles sehr preiswert. Kaufen Sie nur einen. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie uns besuchen. Ja, ist ganz klar. Sie sollten halt auch irgendwas mitnehmen. Sie können ja einfach durch den Laden laufen und nichts einkaufen. Also können Sie schon, aber das ist wahrscheinlich auch spottbillig. Ja, fuck. Gut, das hat sie gemacht. Was wollte der Shop liften? Guck mal, ich weiß nicht mehr, was der Shop liften. Wollte, ah, die Batterien. Fiesling, fiesling. Ja, ich verkaufe Ihnen das gerne. Weil das ist jetzt ein guter Preis für die Alu-Dinger. Okay, wenn das gut war, dann nimm es doch hin. Das ist auch gut. Die waren immer zu teuer. Kommt. 1500. Das wäre wahrscheinlich gleich zu billig, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, dann kommen wir immer wieder. Ah, das ist doch zu billig. Und dann denke ich mir so, Mann. Hätte ich es halt teuer gelassen. Aber weiß man eben vorher nicht. Kann man halt erst danach sagen. Vielleicht haben wir auch gute Items, die uns weiterhelfen, unseren Handschuh herzustellen. Jetzt schon, das wäre natürlich super gut. Dankeschön, Madden. Der wollte echt das teure Ding klauen? Boah, Fiesling. Der hat sich... Ah, nee, der wollte die Batterien klauen. 13.000 war ein guter Preis. Dann nehmen sie alle mit. Brauch ich erinnert. Nimm sie ruhig mit. Immer noch zu teuer. Ja, okay. Da bin ich damit schon mal nicht in ein Fettnäpfchen getreten, sondern das war einfach nur ein Scheiß-Item. Ist doch schön, ist doch schön, ne? Immer positiv. Ja, nimmt die Drähte alle mit. Der hat mit der Flasche immer noch... Okay. Ich mach die Flasche jetzt nochmal für 10.000 rein. Kann denn jetzt sein, dass die Leute hier sagen, es ist zu billig? Zu billig gibt's hier nicht. Alles teuer bei mir. Äh, sportbillig. Sportbillig. Das ist natürlich... Wir wollen ja Kunden erhaschen, ne? Ich will ja hier keinen verarschen. Das ist alles super Preise. Kaufen sie ruhig ein, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Nimmst du die vier, die Batterien. 40.000. Gibt's mir das Doppelte. Hab ich gleich 100.000 gemacht. Du genauso, Alter, Herr. Ja? Barm, 84.000. Kein Problem. Die Glasspillen sind jetzt auch gut. Gerne doch. Nimm sie, nimm sie. Eh nix wert, das heißt. Das? Ja, 100.000. Pff, easy. Ist alles kein Problem. Jetzt nimmt der noble Herr, nimmt er noch die coole Flasche mit, dann bin ich auch zufrieden. Ist das ein guter Preis dafür? Ja. Stell mir den Rest auch noch rein, ne? 10.000 und dann sind wir alle zufrieden. Ich mach mal einen Cash, du kriegst deinen Cash. Ich hab gleich eine Million Geld, ne? Ich bin einfach eine reiche Sau. Ich muss jetzt langsam mal abheben. Es geht ja so nicht, dass so ein Fußvolk in meinen Laden reinläuft. Was ist das hier? Was ist das? Mann, oh Mann. Komm schon. Nimm auch das letzte bisschen meines Ladens. Kaufen sie ein. Nimm sie mit. Äh, Cesar, was haben sie denn? Wüstenstahlbahn. Hammer hinten drin. Bin ich mit Cesar hier. Laden schließen wir. Jetzt guckt euch das doch mal an. Drei Shoplift-Versuche. Bam. 700.000. 700.000 haben wir geschaffen. Wow. Wow. Wir heben ja förmlich ab hier. Wir heben förmlich ab. Wir gehen durch die Decke. Wir machen so viel Cash, das ist unglaublich. Wir müssen jetzt erstmal... Wir haben gleich 100.000. Es gibt bestimmt noch ein Achievement für 100.000. Aber vorher... Ah, fuck. Nicht genug Zeug. Wie sieht es mit einem Bogen aus? Für den Bogen habe ich. Weg von der Merkliste und die setzen wir drauf. Ah, das Breitschwerde wollte ich auch herstellen. Haha. Das würde eh nichts. Ich kenn mich. Ich kenn mich. Ähm, ich hätte gern... Uh. Was haben wir denn für einen Helm? Ist das unser Helm? Ja. Scheinst so. Dann hätte ich gern jetzt den besten Helm. Können wir auch von dem Merkzettel streichen. Das haben wir auch schon. Und wow. Haben wir grad... Unser Outfit completed. Sehe ich das richtig? Wir haben von allem jetzt das Beste. Wow. Ich bin so fasziniert von mir gerade. Ich hab einfach gerade von allem das Beste. Und mein Outfit ist einfach... Also mein... Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Wir werden jetzt diese Tränke herstellen. So, da die einfach gerade mehr meinen Ansprüchen genügen. Kannst du mir noch was verzaubern, junge Dame? Ach, du kannst sogar alles verzaubern. Das ist ja unglaublich. Du, verzaubern wir doch einfach mal alles. Ich hab nicht genug Geld für alles, aber... Ich hab genug Geld dafür. Und dafür. Kann man immer nur einmal verzaubern. Auch interessant. Das ist jetzt Max-Level-Shit. Max-Level-Shit, den wir da tragen. Wir haben so viel Geld. Ja, wir haben so... Wir hatten gerade eine Million. Wir haben gerade alles ausgegeben für Upgrades. Ja, wir sind so voll mit Cash. Bis in den Arsch. Ja. Das ist einfach... Das ist einfach... Das ist einfach ein Traum, ne? So ein... So ein Traum. Mich rührt es zu Tränen. Schon fast. Na, aber irgendwie noch nicht ganz. Weil wir noch mehr Cash wollen. Zack. Weil unsere Waffe ist nämlich noch nicht perfekt. Unsere Waffe fehlt noch. Zack. Herr damit. Pam, noch eine Tesla-Spule für unsere Waffe. Was haben wir denn hier für eine Notiz? Herr damit, komm. Nicht ein einziger Held hat sich in diesem Dungeon gewagt. Mir muss es nur gelingen, einen Gegenstand aus der zweiten oder dritten Ebene zu erbeuten und... Ich werde berühmt. Ja? Ich bin schon berühmt. Und ich habe auch Gegenstände aus dieser Ebene. Oder aus diesen Ebenen. Und ich sehe schon, es geht schon weiter nach oben. Für mich. Schön, nicht wahr? Ist das nicht ein Traum gerade? Ein Traum, der irgendwie wahr wird? Wir haschen so schnell durch diesen Dungeon, als wäre es ein Kinderspiel. Perfekt. Den haben wir auch platt gemacht. Und ganz viele blaue Schleims. Immer gut für Heiltränke. Ich freue mich über euch, Jungs. Ich freue mich. Ich habe nur Angst, dass der Boss schwer wird. Wenn wir so gut durch den Dungeon... Ich glaube, wir sind noch nie so gut durch den Dungeon gekommen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also ich meine jedenfalls. So meine bisherigen Einschätzungen. Aber ich habe Angst, dass der Boss umso krasser wird. Mit Blitzen von der Decke. Und all so Zeug. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir gut vorankommen werden in diesem Dungeon. Einfach, weil wir uns gerade schon so gut schlagen. Und es soll ja nie verkehrt sein, ne? Das war ein bisschen... Intense... High-Level-Combat-Shit. Komm schon. Ah, triss mich nicht mit deinen Scheißblitzen. Freundchen. Ich muss dich nicht mal umbringen. Ich mache es nur für das Loot. Oh, jetzt hat er meine Rüstung. Jetzt hat er meine Rüstung geschottet. Das war kein Problem für mich. Dieses Ding ist eher ein Problem für mich. Komm schon. Er ist aber auch super nervig, gell? Dass er einfach nur da steht und sein Leben genießt, praktisch. Die seltsamste blaue Energie, die da landen, erscheint überall. Sie fließt sogar durch die Wände oder durch Eisen. Nur Holz scheint sie aufhalten zu können. Sagt es mir irgendwas, dass er eine Holzwaffe tragen sollte vielleicht? Ich weiß es nicht, aber ich habe auch keine. Deswegen, never mind, never mind. Ähm, if so, we just fucked up. Noch ein bisschen mehr heilen. Perfekt. Weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Ebene. Und diesmal nur ein blauer Energie-Level-Abteilung. Wir haben so ungefähr noch gar keinen Loot bekommen. Obwohl wir gerade sogar auf dem richtigen Weg sind, um in die höhere Ebene zu kommen. Und wir sind ja jetzt schon auf Ebene 2. Zack, beide erledigt. Und eine goldene Truhe. Ich wollte nichts kaputt machen gerade. Ich hoffe, was enchanted. Auch gut. Zack. Nichts drin. Nur ein paar jämmerliche Kanonen. Die nicht jämmerlich sind, aber geil. Zack. Aber kaputt kriegen wir sie trotzdem. So, und damit können wir auch schon in die dritte Ebene des Dungeons. Die dritte. Ich bin... Das ist so gut. Ja, das ist... Da kommt... High-Level... High-Level-Loot. Und High-Level-Loot heißt... So much money. Stimmt, den soll man zuerst ausschalten. Das wurde mir so von meiner selbst beigebracht. Okay. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Okay, den kriegen wir auch noch down. Und jetzt machen wir den natürlich locker flockig. Ich frage jetzt nur, wie kriegen wir den? Autsch. Ich komme halt einfach auf deine Insel. Auch wenn es mich umbringt, halber. Ich wusste jetzt nicht, wie ich dich hätte töten sollen sonst. Ich kann was nach Hause schicken. Machen wir die doch weg. Oh, ich kann noch mehr nach Hause schicken. Ist ja ein Traum. Und dann können wir das auch stapeln. Und können die zwei auch einpacken. Perfekt. Es wird immer perfekter. Wir sind jetzt schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, die Quellen geben auch immer mehr Leben, umso höher man kommt in Dungeon. So. Das Gute an der Kanone ist, wenn es nur die Kanone ist, dann ist sie nicht so stark. Wenn wir aber auf mehr als diese Kanone treffen, dann sind es starke Gegner. Na, jetzt hat er mich doch wieder. Genau das habe ich gerade versucht zu vermeiden. Scheinbar nicht so gut. Aber der macht mir gar nicht so viel Schaden. Wir hatten gerade volles Leben und der hat uns einmal verschlungen. Da ist wohl wirklich mehr der Aspekt, dass er ist da und hält uns fest, solange wir anders uns angreifen können. Okay. Komm schon. Oh Gott. Sehe ich da die richtige Tür? Wie sie so im Bilderbuch steht? Komm schon. Ja. So lobe ich mir das. Ein paar schöne Gegner zu meinem. Ein paar Abenteuer geschafft. Eine Goldruhe noch gefunden. Ist doch einfach schön, oder? Ist das nicht einfach schön? Wir sollten auf jeden Fall die kaputten, die kaputtgebaren Batterien heimschicken. Weil das sind Batterien, die brauchen wir hier nicht wirklich. Es geht alles nur kaputt. So. Und das macht auch irgendwas kaputt. Du kannst jetzt gestapelt werden. Du bist eh nicht so gut. Komm, den roten Schleim machen wir jetzt auch weg. So. Ich weiß gerade nicht. Ich will die bessere Waffe haben. Ich habe Angst, dass ohne die bessere Waffe der Endboss zu anstrengend wird. Deswegen gehen wir lieber zurück und gehen in den... noch nicht da gewesenen Weg. Gucken, dass wir Loot kriegen und gehen dann wieder aus dem Dungeon raus. Gut, okay, so. Die Taktik habe ich gerade noch nie gesehen, dass es so gut funktioniert, den großen Schleim umzubringen. Krass. Und zack. Du kannst was entzaubern. Dann entzauber doch das mal, aber dann können wir es stapeln. Stapeln ist immer, immer gut. So, und dann können wir sowieso noch mehr stapeln. Ne, können wir nicht. Fagil wird nach Hause geschickt. Das heißt, die schicken wir nach Hause. So, dann können wir das nämlich auch noch stapeln. Und das können wir auch stapeln. Du machst bitte... ...das hier. ...dicht nutze ich. Wollen wir da machen, auch immer das jetzt da mir nachläuft. Hey, das wollte ich nicht. So. Und mit dir machen wir statt Alufolie. Alufolie kann nicht so wertvoll sein. Das bezweifle ich. Aber wir hatten sogar schon welche verkauft, ne. Guck mal, 80.000 würde es jetzt hier kosten, aus dem Menschen raus und wieder reinzugehen. Dann merkt man mal, wie hier die Preise steigen in den höheren Ebenen. Ah, das hat doch gut funktioniert. Komm schon. Sehr stark. Okay, Drähte, die kann ich noch nehmen. Selbst die Drähte bringen ein bisschen Geld. Komm schon. Muss man natürlich nur alle besiegen, sonst wäre es natürlich... ...unvorteilhaft. Ach nein. Oh shit. Dass das gerade so gut funktioniert, hat mich eher verwundert. Und gefreut zugleich. Komm schon. Das funktioniert viel zu gut gerade. Oh mein Gott. Ja. Loot. So viel Loot. Jetzt kann ich nämlich die Tänke einstecken. Und... Na, das muss jetzt weg. Zack. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir sagen können, wir machen nochmal den Shop auf und gucken, was wir denn so aus unserem Zeug alles tolles erreichen können, oder? Klingt das nicht nach einem Plan? Denn vielleicht steigt unser Budget dann so ins Unermessliche, dass wir sagen können, hey, ab in den Dungeon. Klingt das nicht okay. Vielen Dank.